Du möchtest bessere Videos produzieren, aber hast keine Lust, tausende Euro in Equipment zu stecken oder Jahre ins Lernen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jannis Riebschläger, hauptberuflicher Filmproduzent. 2015 habe ich einen Langfilm produziert, der deutschlandweit in den Kinos lief. Heute produziert meine Produktionsforma Jannis Production Videos fürs Web, vom Pitch-Video bis zum Image-Film. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ich angefangen habe. Meine ersten Gehversuche mit Action-Cam und Smartphone sahen eher bescheiden aus. Ich dachte damals, die Kameras seien nicht gut genug. Dann habe ich mich ein Jahr intensiv hingesetzt und rumprobiert und jedes Wochenende ein Video produziert. Ein Jahr später bin ich zum Norskopo getrampt und habe diesen Langfilm produziert, ebenfalls komplett mit Action-Cam. Der hat es deutschlandweit in die Kinos geschafft. Es gibt einfach Techniken, wenn man die drauf hat, kann man, egal mit welcher Kamera, deutlich bessere Ergebnisse rausholen. Um euch die frustrierende Zeit des Rumexperimentierens zu ersparen, habe ich die Easy Movie School gestartet. In diesem Kurs lernst du alles, was du brauchst, um professionelle Videos mit dem Smartphone zu produzieren, von den ersten Vorbereitungen bis zum fertigen Video. Du lernst, wie du dein Smartphone richtig einstellst, welche Aufnahmetypen es gibt und wie du sie drehst. Du lernst, wie du das fertige Video nachher zusammenschneidest und wie du über die Farb-Nachbearbeitung wirklich das Allerbeste aus deinem Material rausholst. Wenn du bessere Videos produzieren möchtest, egal mit welchem Equipment, dann melde dich jetzt hier an.